Ein Meer aus Farben ist das diesjährige Motto der IGA Berlin. Vom 13. April bis zum 15. Oktober lädt diese Sie zu einem erlebnisreichen und überraschenden Festival schönster internationaler Gartenkunst und grüner urbaner Lebenskultur ein. Zwischen Plattenbauten und Mehrfamilienhäusern finden auf 104 Hektar Fläche über 186 Tage verteilt mehr als 5000 Veranstaltungen statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gartenmessen sind eine wunderbare Gelegenheit, sich über die neuesten Trends rund um Garten- und Landschaftsarchitektur zu informieren. Diese Möglichkeit bietet die IGA 2017 in Berlin an. Zwischen grünen Parkanlagen auf Seiten des Kienberges drohen auf der anderen Seite Gartenkonstruktion aus aller Welt. England, Korea oder doch lieber orientalisch angehauchte Gärten sind hier nicht so fern, wie die Geografie es gerne hätte. Gartenkonstruktion 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 Als einer der Höhepunkte bietet der Wolkenhain einen phänomenalen Ausblick über das Ausstellungsgelände und weit darüber hinaus. Etwa 200 Tonnen Stahl wurden in dieser beeindruckenden Konstruktion verbaut, die in ca. 25 Metern hinausragt. Und hier soll unsere Rundführung nun ein Ende haben. Untertitelung des ZDF, 2020